Wir kommen zum Schluss unseres kurzen Programmes. Sie waren seit zwei Jahren unser bestes Publikum. Nein, so auch. Es war wunderschön, wir haben es genossen, denke ich. Es war wirklich toll, jetzt wieder dieses Experiment so singen zu können. Wir schließen mit dem Halleluja von Leonard Cohen. Vielleicht eine kurze Bemerkung oder eine Lehre, die uns vielleicht die letzten zwei Jahre gebracht hat. Es war ja nicht alles schlecht. In dieser Zeit, die auch von außen her so ungewiss ist, wo so viel Pessimismus ist und so viel Schlechtes in der Welt, war das Singen etwas, was wir dagegen setzen konnten. Sprich, wenn wir uns zusammengesetzt haben und haben gesungen, dann wurde nicht diskutiert, dann gab es keine verschiedenen Meinungen und wir waren im Einklang, in einer Harmonie, in einer Balance. Vielleicht sollte das jemand mal den Politikern sagen. In dem Sinne, Sie können heute Abend noch andere Sinne, nicht nur hören, doch auch tanzen, singen, wünsche ich uns heute noch einen wunderschönen Abend. Genießen Sie die anderen Beiträge, die sitzen schon in den Startlöchern. Einen wunderschönen Abend mit Ihnen. Wir danken Ihnen, Beuys und Zoll. Vielen Dank. Vielen Dank.